Hallo zusammen, Thomas hier. Es ist wieder soweit. Mein Foto-Workshop und Fotoreiseprogramm für das kommende Jahr, für das Jahr 2023, ist fertig, ist komplett. Mit einer Ausnahme komme ich gleich ganz kurz darauf zu sprechen. Alle Hotels sind gebucht, alle Flügel sind gebucht, alle Reisen sind für euch gebucht und eure Hotelzimmer sind natürlich auch schon reserviert, sodass es jetzt gemeinsam nächstes Jahr ganz entspannt losgehen kann, dass wir in Europa gemeinsam tolle Fotos machen können. Auf Fotoreisen und auf Fotoworkshops mit dem Schwerpunkt Landschaftsfotografie. Und den Anfang macht, so wie auch schon in diesem Jahr, macht die Fotoreise nach Venedig, gleich Mitte, Ende Januar. Und zur Vorbereitung auf Venedig hatte ich mir schon in den Jahren zuvor wirklich fast jede Brücke, jeden Kanal und jede Gasse in Venedig angeguckt. Es gibt nicht mehr viele Ecken in Venedig, die ich noch nicht gesehen habe und für euch unter den fotografischen Augenschein genommen habe. Und dementsprechend werden wir in der Zeit, wo wir da sind, sicherlich einige der besten Fotospots aufsuchen, um dann auch die besten Fotos dort machen zu können. Ich habe ganz bewusst darauf geachtet, dass unser Hotel unverändert, das Hotel, was wir ja auch in diesem Jahr hatten, das Hotel liegt wenige Minuten von der Realte Brücke und dementsprechend dann auch nur noch ein paar weitere Minuten vom Markeitsplatz entfernt, wo wir auf jeden Fall jeden Morgen hingehen werden, um zur morgendlichen Stunde auch am Markusplatz besonders schöne, besonders stimmungsvolle Fotos zu machen. Über Tag bewegen wir uns natürlich dann kreuz und quer durch Venedig, um dann eben zu einigen der schönsten Plätze zu kommen, um dann gemeinsam richtig klasse Venedig-Fotos zu machen. Und gerade der Januar ist so ein Monat, wo die Wahrscheinlichkeit auf Nebel sehr hoch ist. Vielleicht haben wir in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in Venedig das Glück und wir haben richtig schönen, fetten Nebel. Das ist nochmal ein ganz anderes Venedig als das, was man sonst so kennt. Und bei meiner Fotoreise nach Venedig, da war es mir von Anfang an wichtig, dass wir etwas Besonderes machen können, denn wir werden noch im nächsten Jahr wieder nach Murano fahren und werden die Gelegenheit haben, in Glasbläsereien zu fotografieren, während der Produktion. Wir konnten uns frei bewegen, teilweise sind sogar die Glasbläser um uns herum gelaufen, war echt richtig, richtig klasse. Und wenn wir schon im Murano sind, fahren wir auch gerade noch nach Burano rüber und machen da auch noch ein paar Fotos von diesem wunderbaren bunten Häuschen. Ist ein bisschen Klischee, aber es ist trotzdem wunder, wunderschön. Es geht weiter mit, na ich sage schon mal, fast einem meiner Klassiker, dem Fotoworkshop auf Zollverein, der eckfotografischen Extraschicht auf Zollverein. Und bei meinem Fotoworkshop auf Zollverein ist der ganz große Unterschied zu allen anderen, die es nach meinem Kenntisch schon gibt. Wir werden nicht draußen, auch ein bisschen vielleicht draußen fotografieren. Wir haben im Rahmen des Fotoworkshops die einmalige Gelegenheit, im Weltkulturerbe zu fotografieren, und zwar im Bereich des sogenannten Denkmalpfades. Das ist so der historische Bereich, der auch für die Touristenführung genommen wird. Nur im Gegensatz zu einer klassischen Touristenführung haben wir die zweieinhalb Tage, die wir da sind, alle Zeit der Welt mit Stativ und allem, was hier eine Ausrüstung braucht, in aller Ruhe dort zu fotografieren. Das gibt es sonst bei keiner anderen Veranstaltung. Weil es eben auch mit Kohlestaub alles da bedeckt ist, ist durchaus die Schwarz-Weiß-Fotografie oder das Fotografieren für Schwarz-Weiß, gerade auf Zollverein, durchaus auch eine interessante Variante, seine Fotos auszuprägen. Dann geht es zu einem weiteren meiner inzwischen Klassiker, zu einer der schönsten Gegenden für mich, zu einer der schönsten Gegenden in Europa, und zwar an die wilde Atlantikküste in der Bretagne, an die sogenannte Côte Sauvage, wo ich jetzt selber schon mit diversen Fotogruppen unterwegs war. Die letzten Jahre ist es ein Fotoworkshop, wie auch auf Zollvereinen beispielsweise. Und wir werden uns die ganze Woche Zeit nehmen können, um an dieser traumhaften Steilküste mit diesen riesigen Sandstränden und Sandbänken zu fotografieren. Diese riesigen Gesteinsblöcke, die da mitten im Meer liegen, den tollen Wellen, die gerade am Atlantik nicht zu vergleichen sind mit dem, was wir von Ostsee oder auch von der Nordsee kennen. Also die Wellen am Atlantik, insbesondere Côte Sauvage, sind ein bisschen größer. Ein bisschen sehr viel größer, ein bisschen sehr viel höher und wesentlich eindrucksvoller. Und ich suche immer den Termin danach aus, dass wir zur Springflut da sind. Springflut heißt, der Tidenhub, die Gezeiten, also der Wasserstand zwischen Niedrigwasser und Hochwasser ist zur Springflut am größten. Und im nächsten Jahr werden wir eine Springflut, eine Höhendifferenz zwischen dem Niedrigwasser und dem Hochwasser haben. Das hatte ich bisher, solange ich da hinfahre, seit jetzt selber auch über zehn Jahren, hatte ich noch nie. Also wir werden so ein niedriges Niedrigwasser haben, wie wir es noch nie hatten. Und dann kommen die ganzen Sandbänke raus. Wir haben eine ewig weite Landschaft, die normalerweise vom Wasser bedeckt ist, über die wir laufen können, auf der wir fotografieren können und dann erst mit der Flut langsam wieder zurückgehen, um die anderen Dinge zu fotografieren. Wir können beim Fotoworkshop alles fotografieren, was man am Meer fotografieren kann. Wir können alle Fototechniken einsetzen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen, die sinnvoll einsetzbar sind beim Fotografieren am Meer. Von der Kurzzeitbelichtung bis zur langen Langzeitbelichtung, um alles glatt zu bügeln. Und da gehört dann alles dazu. Bei allen meinen Fotoworkshops, mit Ausnahme des Fotoworkshops Zollverein, haben wir auch ganz viel Zeit, um uns gemeinsam mit den Bildern auseinanderzusetzen. Wir werden also auch die ein oder andere Bildbesprechung der Fotos machen, die ihr dann schon während der Tage fotografiert habt. Und einfach weitere Informationen mitzunehmen, um dann in den nächsten Tagen darauf aufbauend noch bessere Fotos machen zu können. Und das war es auch schon zum Fotoworkshop in oder an der Kurzvarsch in der Britannien an der wilden Atlantiküste. Und dann geht es zu einer Fotoreise. Das ist so fast einer meiner Lieblingsspots in Europa. Das ist, wie ich finde, eine der schönsten Gegenden, wo man oder in der man in Europa fotografieren kann. Auch wenn viele Angst vor Touristenströmen haben, und das ist die Amalfi-Küste. Jeder bringt mit der Amalfi-Küste sofort Capri in Verbindung. Wir werden auch einen Tag nach Capri rüberfahren. Aber glaubt mir, sobald man von diesen Touristenströmen weg ist, zumal wir im April da sein werden, da ist noch nicht allzu viel los, das Wetter ist noch nicht so heiß, werden sehr angenehme Temperaturen sein. Nein, sobald man mal ein bisschen weg geht zu gewissen Orten, die wir natürlich alle schon kennen, also ich, die Fremdenführerin, die mit uns dann unterwegs sein wird, ist es plötzlich leer. Aber wir werden nicht nur auf Capri fotografieren. Der Großteil findet eben nicht auf Capri statt, sondern wir werden an der Amalfi-Küste fotografieren. Das ist eine sehr, sehr schöne Mischung aus Naturfotografie bei der Amalfi-Küste-Reise und Kulturfotografie. Wir werden uns einen guten halben Tag für Pompeji Zeit nehmen, um in dieser alten Stadt interessante Fotos machen zu können. Aber die restliche Zeit bewegen muss man an der Amalfi-Küste. Und ihr werdet es nicht glauben, falls ihr noch nie da wart, die Amalfi-Küste ist unheimlich grün, hat unheimlich viel Natur und du brauchst nur aus den Orten rausgehen, die so an den Felsen kleben, an der Amalfi-Küste und in die kleinen Schluchten reingehen. Und dann findet man sowas, was ihr jetzt hinter mir seht. Da findet man Bäche, da findet man üppige grüne Wälder. Und das sind Dinge, die die meisten nicht mit der Amalfi-Küste in Verbindung bringen. Das ist eine traumhafte Landschaft, die es da gibt, wo wir fotografieren können. In der Amalfi dann dieses Gassengewirr, wo man normalerweise sich wahrscheinlich eher verlaufen könnte. Und da gibt es ganz, ganz tolle Pfade, dass man dann auch plötzlich über den Zitronenhain landet und wirklich traumhafte Fotos auf das Mittelmeer machen kann. Also für mich ist einer der schönsten Orte in ganz Europa, ist die Amalfi-Küste. Und ihr solltet die Gelegenheit unbedingt nutzen und nächstes Jahr mit zur Amalfi-Küste-Reise kommen, um wirklich diese traumhafte Landschaft nicht nur aufzusaugen und auf euch wirken zu lassen, sondern selbstverständlich da auch richtig tolle Fotos zu machen. Naja, und wenn wir denn schon in Italien sind, so wie auch in Venedig, so ein bisschen Dolce Vita, werden wir sicherlich auch uns angedeihen lassen und auch das Leben das Leben sein lassen. Es geht weiter mit meinem wirklichen absoluten Fotoworkshop-Klassiker, dem Urwald-Saberburg. Da gibt es einen Termin im Mai und, greife ich schon mal vor, Ende Oktober wieder einen Termin. Und für all diejenigen von euch, die Schwierigkeiten haben, im Wald zu fotografieren, ist das der perfekte Workshop. Denn beim Fotoworkshop im Urwald-Saberburg können wir so richtig einsteigen in das Fotografieren im Wald und insbesondere auch in das Fotografieren von Bäumen im Wald. Denn gerade im Urwald-Saberburg gibt es so einzelne Bäume, die wirklich sich sehr gut eignen, um mal so reinzutauchen, einzusteigen in das Fotografieren von Bäumen im Wald, um so einen ersten Ansatz zu bekommen. Auf was muss ich achten, wenn ich im Wald fotografiere? Was ist da wichtig? Wir werden HDR-Fotografie machen, denn oft sind die Kontraste sehr stark. Gerade im Urwald-Saberburg hat man sehr oft sehr schönes, beständiges Wetter, sodass man da dann auch weitergehend mit der HDR-Fotografie gewisse Dinge machen kann, um dann die Bilder auch perfekt ausprägen zu können. Und auch beim Fotoworkshop im Urwald-Saberburg oder den beiden Terminen, sowohl der im Mai als auch der Ende Oktober, gehört natürlich auch abschließend eine ausführliche Bildbesprechung dazu. eurer Bilder, die wir gemeinsam dann besprechen und uns dann im Wesentlichen um Dinge wie die Bildkomposition kümmern werden. Es geht weiter mit dem Fotoworkshop im Harz, und zwar dem Wildbäche-Workshop. Während wir im Urwald-Saberburg uns im Wesentlichen um die Bäume kümmern, kümmern wir uns fotografisch im Wesentlichen im Wildbäche-Workshop im Harz, kümmern wir uns natürlich um die Wildbäche, um fließendes Wasser. Und da gibt es zwei Wildbäche, die sind sehr, sehr fotogen. Einer ist ein bisschen bekannter und einer ist weniger bekannt. Und die werden wir beide an den Tagen aufsuchen und steigen dann so richtig intensiv ein, wie man gut und effektvoll Wildbäche fotografieren kann. Auf was sollte man achten? Welche Belichtungszeiten braucht man? Welche Filter braucht man? Wie sollte man die Filter einsetzen? Wie baut man eine gute Bildkomposition auf, um gerade Wildbäche auch wild wirken zu lassen? Dass dieses Wildwasser auch wirklich richtig rüberkommt im Foto und dass das nicht so aussieht wie so ein kleines Rinnsaal, obwohl es eigentlich ein Wildbach war, der auch richtig ohrenbetäubenden Lärm vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemacht hat. Also all diese Dinge, mit denen werden wir uns beschäftigen. Und auch da gehört natürlich dann eine abschließende Bildbesprechung dazu, dass wir dann gemeinsam eure Fotos besprechen und uns dann auch da wieder vor allen Dingen schwerpunktmäßig um die Bildkomposition kümmern und was letztendlich an euren Fotos richtig gut geworden ist. Und falls ein bisschen was nicht ganz so gut geworden ist, werden wir uns dann das Ganze auch ein bisschen intensiver angucken. Und ganz wichtiger Aspekt, für diejenigen, die den Harz ein bisschen kennen, ihr wisst, dass das Waldsterben sehr stark eingesetzt hat. Der Borkenkäfer hatte kräftig zugeschlagen. Die Standorte, die ich ausgewählt habe, sind sämtlich im Laubwaldbereich, also werden sie in den unteren Bereichen des Harzes bewegen und gar nicht in die Gegenden kommen, wo das große Problem mit dem Fichtensterben entstanden ist. Also insofern, da wo wir fotografieren werden, ist auch der Wildbach oder sind die Wildbächer auch tatsächlich noch im Wald. Dann geht es weiter im September und das ist jetzt eine Überraschungsreise. Da kann ich euch heute noch nicht oder will euch heute noch nicht verraten, wo es dahin geht. Es gibt momentan zwei Optionen. Ich verfolge momentan beide und eine der beiden Reisen wird dann nächstes Jahr stattfinden schon und die nächste darauf folgende Reise wird dann ergänzend oder alternativ 2024 stattfinden. Es sind zwei sehr unterschiedliche, sehr, sehr schöne, mit zu den schönsten Landschaften gehörenden Gegenden in ganz Europa. Sehr, sehr gegensätzlich die beiden zueinander und ich plane momentan beide und die, die zuerst fertig wird, die werde ich euch nächstes Jahr anbieten. Und sobald das der Fall ist, mache ich nochmal ein kurzes Video und stelle euch dann auch diese ergänzende Fotoreise oder vielleicht wird es auch ein Fotoworkshop dann kurz vor. Es geht dann weiter im September nach Paris in eine der, ich finde, mit die, wenn nicht sogar die schönste Stadt der Welt. Und Paris ist natürlich eine Stadt mit unglaublich vielen Touristen und es gibt unglaublich viele Fotos von Paris. Und man könnte meinen, es gibt in Paris nichts, was nicht schon fotografiert worden wäre. Trotzdem gibt es, ich kenne mich inzwischen in Paris relativ gut aus, weil ich schon relativ oft in Paris unterwegs war, in vielen, vielen verschiedenen Gegenden. Aber wenn ich selber in Paris war, habe ich in allen möglichen unterschiedlichen, unterschiedlichen Arrondus, Maus im Laufe der Zeit Ferienwohnungen gehabt und habe mich dann da sehr, sehr intensiv umgetan, sodass ich also wirklich viele Gegenden in Paris recht gut kenne inzwischen. Und trotzdem gibt es in Paris, trotz der vielen Touristen, gibt es immer noch Ecken, Flecken, die man fotografieren kann und trotzdem den Gegenden und den Motiven etwas andere, etwas neue Perspektiven entlocken kann. Und wir werden Paris morgens immer vor Sonnenaufgang schon rausgehen, um natürlich die beiden Seiten von Paris, die ganz gegenseitig sind, auch von der Wahrnehmung vom Licht fotografieren zu können. Einmal morgens vor Sonnenaufgang, an verschiedenen Standorten werden wir dann fotografieren, die wir uns vorher am Tag auch schon in Ruhe angeguckt haben, damit wir wissen, was und wie wir dann morgens zur Dämmerung, zur blauen Stunde fotografieren können. Und wir werden natürlich über Tag in Paris unterwegs sein zum Fotografieren. So haben wir einmal das nächtliche Paris und das Paris, was ganz normal am Tag stattfindet. Und wir werden auch so ein bisschen reinschnuppern in die Street-Fotografie. Da gibt es so ein paar Ecken, wo man sehr entspannt und ohne große Probleme auch mal so ein bisschen üben kann, falls ihr da noch nicht viel Erfahrung mit habt, was und wie man so ein bisschen Street-Fotografie machen kann, worauf man da achten sollte. Und einfach euch selber da auch mal gerne ein bisschen ausprobieren könnt, wenn ihr das möchtet. Und es geht weiter im Herbst, etwa Mitte Herbst, in den Pfälzer Wald. Ein Fotoworkshop, den ich dieses Jahr erstmalig angeboten habe. Es ist sehr gut angekommen bei den Teilnehmern. Und dementsprechend mache ich natürlich sehr gerne im nächsten Jahr zum zweiten Mal. Und ich fahre deswegen auch sehr gerne in den Pfälzer Wald, weil das eine Landschaft ist, die noch nicht so überlaufen ist von Touristen. Auch in Deutschland. Die schönen Orte sind natürlich von Touristen schon längst entdeckt. Und da gibt es sehr viele Menschen, die da rumlaufen, gerade auch im Herbst. Das ist eine Gegend, wo sehr viele Leute sehr gerne rausgehen, wandern, bevor es dann im November, Dezember so richtig nass, kalt und usselig wird und dann den goldenen Herbst nochmal mitnehmen wollen. Und da gibt es eine vergleichbare Gegend, auch mit Felsen, mit Buntsandstein, mit Wald. In Deutschland, die ist leider hoffnungslos überlaufen. Und dementsprechend habe ich lange überlegt, wo kann ich etwas Vergleichbares machen, wo es eben nicht so voll ist. Und deswegen biete ich jetzt inzwischen seit diesem Jahr und generell dann, wie gesagt, auch im nächsten Jahr den Fotoworkshop im Pfälzer Wald an. Und da ist es dann eben nicht überlaufen. Da sind wir fast die ganze Zeit allein. Es ist ganz selten, dass uns andere Leute begegnen. Und das ist natürlich sehr angenehm, sodass wir uns dann wirklich in aller Ruhe entspannt um die fotografischen Themen kümmern können. Und wir fotografieren genau die Dinge, die natürlich den Pfälzer Wald ausmachen. Den Sandstein, die Felsen, den Buntsandstein, wahlweise von unten oder auch von oben, dass wir so über den gesamten Pfälzer Wald drüber gucken können, von dem einen oder anderen Felsen von oben fotografieren. Unter anderem, auch wenn es das Wetter hergibt, so wie wir das dieses Jahr gemacht haben, natürlich fahren wir auch mal zum Sonnenaufgang raus, dass wir rechtzeitig da sind. Und über den Pfälzer Wald mit so einem Felsen auch auf den oder zum Sonnenaufgang fotografieren können. Und ansonsten fotografieren wir die Felsen, wir fotografieren den Wald, wir fotografieren im Wald und wir fotografieren durchaus auch ein bisschen vergleichsweise Wildwasser im Pfälzer Wald, sodass wir dann alle drei typischen Landschaftselemente des Pfälzer Waldes im Rahmen des Fotoworkshops abdecken können. Und auch zum Foto-Workshop im Pfälzer Wald natürlich gehört dazu eine abschließende ausführliche Bildbesprechung, wo wir uns dann wieder schwerpunktmäßig mit euren Fotos, nein, nur mit euren Fotos und schwerpunktmäßig natürlich mit den Aspekten der Bildkomposition und ähnlichen Dingen beschäftigen werden. Dann, wie angesprochen, nochmal der Herbsttermin im Urwald-Saberburg, dann Ende Oktober und dann noch meine beiden Reisen im November. Einmal mein, inzwischen auch so ein bisschen Klassiker, weil ich es dann ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren mache, meine Fotos, nein, keine Fotos, also mein Fotoworkshop nach Norderney, wo es wirklich richtig hardcore darum geht, sehen zu lernen und wirklich intensiv sich mit den Dingen, die wir da fotografieren können und sehen, zu fotografieren. Denn gerade die Dünenlandschaft auf Norderney ist eine sehr reduzierte Landschaft und das ist nicht das einfachste Fotografieren, aber es übt ungemein intensiv, sich mit der Landschaft und den fotografischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Wir werden also dann drei Tage auf Norderney fotografieren gehen, in den Dünenlandschaften und wir werden auch einen kleinen Aspekt, einen Abstecher machen in Schwarz-Weiß-Fotografie, denn gerade solche reduzierten Landschaften eignen sich besonders gut, auch um in die Schwarz-Weiß-Fotografie reinzuschnuppern beziehungsweise in das Fotografieren und die nachgeordnete Schwarz-Weiß-Bearbeitung. Und worum es dabei geht, da gibt es eine ganz kurze Einführung, mit welcher Software man das besonders gut machen kann und worauf ihr dabei achten könntet und auch solltet. Auch da natürlich Fotoworkshop abschließend am letzten Tag wieder eine sehr ausführliche Bildbesprechung eurer Fotos. Und die letzte Reise, die jetzt heute, wo ich das Video aufnehme, zum ersten Mal in der nächsten Woche im Ende November stattfindet, die perfekte Jahreszeit, um nach Lissabon zu fahren. Und Lissabon ist für mich von allen europäischen Städten, die ich kenne, die natürlichste Stadt, natürlich im Sinne von noch nicht von Touristen überprägt. Ich fand das so faszinierend, als ich letztes Jahr mehrere Wochen in Lissabon war, um auch für euch die Fotoreise vorzubereiten. Ich bin kreuz und quer mit diversen Straßenbahnen, natürlich der weltberühmten Tram 28, vielfach durch Lissabon gerumpelt. Ich bin extrem viel gelaufen, wie ich das immer bei den Vorbereitungen zu meinen Fotoreisen mache. Ich kenne also extrem viele interessante Ecken in Lissabon, wo wir fotografieren gehen können. Und dazu gehört natürlich einmal die Alfama. Aber die Alfama ist definitiv nicht die einzige Altstadt in Lissabon. Wir werden während der Fotoreise in Lissabon, werden wir so einen Mix machen zwischen der Moderne und auch natürlich dem alten Lissabon mit seinen engen Gassen, mit seinen verwinkelten Gassen. Und dazu gehört einmal die Alfama. Aber es gibt noch weitere Altstadtviertel, die verteilt sind über den Stadtraum von Lissabon. Und da werden wir unter anderem ein weiteres derartiges Viertel aufsuchen, was überhaupt noch nicht von Touristen entdeckt zu sein scheint. Da habe, als ich da fotografieren war, nicht einen einzigen Tourist getroffen. Da gab es nur Lissaboner Einwohner. Also Lissabon ist eine Stadt, die, wie ich finde, eine ganz normale, sehr, sehr schöne Stadt ist im Süden Europas und wo auch Touristen stattfinden. Aber eine Stadt, die noch nicht so von Touristen überprägt ist. Deswegen kann man wunderbar das städtische Leben beobachten und das ganz normale städtische Lissaboner Leben auch fotografieren. Auch da werden wir sicherlich die Gelegenheit haben, auch mal so ein bisschen in die Street-Fotografie reinzuschnuppern, neben den ganzen anderen Dingen, die wir da fotografieren. Wir werden sehr viel unterwegs sein, wir werden viele verschiedene Dinge fotografieren. Wie gesagt, wir werden, und unser Hotel, und das ist natürlich der absolute Top-Eck, da habe ich wirklich lange Zeit mit meinem Reiseveranstalt, ging es hin und her, denn ich wollte ein Hotel in der Alphama. Wir haben ein Hotel mitten in der Alphama, sodass wir gleich am ersten Tag so einen ersten Fotowalk machen können und sofort in der Alphama anfangen können zu fotografieren. Und da wir ja da sind in der Alphama, können wir immer wieder zwischendurch reingehen und natürlich auch morgens noch zur blauen Stunde oder auch abends zur blauen Stunde, die uns die eine oder andere schöne Gasse, die wir so bei den Fotowalk und bei anderen Exkursionen schon entdeckt haben, auch dann im Abendlicht fotografieren. Aber Lissabon ist weit mehr als die Alphama, wie schon angesprochen. Wir werden viele verschiedene Dinge in Lissabon fotografieren. Wir werden die Stadt gemeinsam unter fotografischen Gesichtspunkten entdecken. Und ich freue mich riesig darauf, auch im nächsten Jahr mit euch in Europa an den verschiedensten Standorten wieder fotografieren zu gehen, neue, tolle, nette Leute kennenzulernen und mit euch, was sonst, tolle Fotos zu machen.